Rein damit Junge, wie das aussieht, Alter Das sieht wirklich aus, als würdest du dir geben Junge, Junge, ich bin richtig high Ich bin high, meine Freunde Ich bin... Springt so rum Hey, meine lieben Freunde Und willkommen zu einer weiteren Folge Galaxy zusammen mit dem Felix, hallo Wir machen direkt hier weiter, weil ich will das unbedingt Heute mal schaffen Und ich habe gerade ganz, ganz viele Schuppen noch Also ich habe jetzt gerade noch hier Ne Dings gesehen Da kommen so ekelhafte Spinnen Stimmt, ihr Huren Oh nein, ich verwandle mich auch noch in die Schlimme kann es gar nicht mehr kommen So, Flea Maus, ganz schnell zurück verwandeln Gib mir den Shit, gib mir den Shit, schnell Boah, Junge Junge, Jesus, Alter Ich habe einfach richtig viel Leben gerade verloren, deswegen Wuh Leben am Limit Leben am Limit, sagst du? Ist echt Leben am Limit gerade Junge, Junge So, aber da unten ist eine Kiste Da bin ich gerade richtig scharf drauf Ich glaube da ist nichts, habe ich schon mal geguckt Wenn du da bist, wo ich denke Stencil, aha, okay Gut zu wissen Ein Stencil, ach, das ist viel für deine Sachen, ne? Ich weiß nicht mal, ob das Also, Open Blocks bin ich mir gar nicht mal so sicher So, gleich habe ich den ersten Flugspitze fertig Oh, super weh getan Kannst du dir gleich in deinen Anus rein spritzen Also, es ist gerade Ich lebe gerade unter sehr, sehr schweren Umständen hier unten Habe aber noch, habe jetzt gerade nur noch viel bekommen Und farm noch Gold zu nehmen, weil Gold kann ich noch mitnehmen Ich nehme mal hier meinen Hammer raus So, dann ziehst du gleich mit Dann kommst du gleich zu mir Ziehst du mit einer Spritze ein bisschen Blut Oh, yeah Blut? Dann kannst du dir Dann Ich fühle mich, ich Ich fühle mich, als würde ich zu so einem Arzt versuchen Okay, fertig, fertig, fertig Fertig? Okay, warte dann Ich spritze mir kurz eben Warte, ich will zugucken, warte kurz, warte Hol eben das Gold hier Sekunde Heftig, ne? Wir sind heftig So, warte, ich komme zu dir hoch Ich komme zu dir hoch Also, wir werden Also, wir haben vor uns auch 80 Herzen zu machen Das habe ich alles mir geplant Also, da musste ich richtig viel recherchieren Aber ich habe das dann auch hingekriegt Guck zu, ich spritze mir das Warum kann ich mir das nicht spritzen? Ach, ich muss das nochmal zentrifugieren, ich genius Weil ich tue dir, ich tue dir Das Gold kommt in den In den Pulverizer, ne? Naja Okay, tu ich mir hier rein So, wirst du gucken, wie ich mir das spritze? Warte kurz Und das Ah, hier sind auch richtig viele Skinscales fürs Bett Ich weiß, aber Und hier tue ich, hier in die Kiste tue ich auch noch welche rein Okay, guck zu Oh, Patrick Ich will mich, ich will mir Heroin spritzen So, rein damit Junge, wie das aussieht, Alter Das sieht wirklich aus, als würdest du dir geben Junge, Junge Ich bin richtig high, ich bin richtig high Ich bin high, meine Freunde Ich bin Springen so rum So, ich habe jetzt Hast du Resistance? Soll ich dich hier einmal boxen? Ja, mit dem Oh, das Weißt du, wie viel Also Wie viel hast du gezogen? Ich habe noch 5 Herze Das hat dir 5 Herzen gezogen? Ja Aber heftig, dass dir das 5 Herzen gezogen hat Schon krass Eigentlich Aber eigentlich So viel ist das gar nicht Weil ich habe ja nur Nendierrüstung Also Das Schwert ist schon stark, was du hast Und ja Weiter geht's im Programm Äh, genau Ich brauche eine Spritze Hier, nehm die Zieh die mal Blut ab Warte, jetzt achte, wie ich mir Blut ziehe Oh, du musst gedrückt halten Nein, lass los Oh, du bist so schwindelig Gib mir die Spritze So, ich mache dir das jetzt hier eben Du wirst jetzt staunen Du kannst gleich fliegen Freust dich nicht Oh, ich freue mich richtig Ich freue mich Oh, die Petron ist der Beste Wie großzügig ich bin Anstatt mir das selber zu geben Gebe ich dir das als erstes Das ist, weil wir brodig sind Ja, Mann Weil wir brodig sind So, mein Freund Jetzt hast du gleich Fliegen Oh, Baby So Gönn dir Nein, ich bin so Nein, Spaß Spritzt dir rein, Mann Keine Thriller Huuuaut Trunken, Trunken Soll ich loslassen? Mach doch jetzt Oh Oh Du müsstest eigentlich fliegen können gleich Ich bin so Hei Ich bin so Hei Oh Ich bin so Hei Petret Kannst du Also fliegen? Ich kann fliegen Petret Ich kann fliegen Ich kann fliegen Ich kann fliegen Ich bin Badass, ich kann fliegen Ich brauch nie mehr eine Bett sein Brauch nie mehr eine Bett sein Weißt du was du jetzt machen kannst, als Bedankung Kannst du mir ein bisschen Golf haben, Power overclocker Damit ich in der Folge auch noch schaffe Hier hast du noch ein bisschen Blut von mir Danke Mach mir ein Power overclocker, wenn es geht Dann würde ich das vielleicht noch auch schaffen Warte, ich mach jetzt hier nochmal overclocker der Hölle Und was ich direkt mal tun kann Hast du noch ein bisschen Dears hier Nein, Dears Ich probier mal, ob ich das hier machen kann Sogar Geht das zufällig Dann möchte ich mal testen, weil dann geb ich dir die einfach gleich wieder Oh ja Ja, okay, geht, perfekt Hab ich nochmal meine Schuhe direkt geupgradet So, aber dann pack ich mir mal hier eben Deinen Redstone Und die Bettdinger, die pack ich mir auch nochmal eben Hier und tu die da mal da rein Ach, keine Energie Keine Energie? Na, schon gut So So Ich probier auch noch ein bisschen Gold Give me that gold, nigga Give me, give me, give me that gold So, zack Zack Bäm, vielleicht schaffe ich das auch noch Das wäre der Hammer Das wäre echt krass, wenn du das noch schaffen würdest Dann muss ich, wenn ich das noch schaffe Also wenn ich das auch nicht komplett schaffe, aber komplett an der Schwelle bin Dann muss ich mir wirklich auf die Schulter klopfen Denn das ist wirklich Eine Meisterarbeit hier Also wie gesagt Also Homearmpower, Overclocker gleich raus Ja, bin gerade dabei Und dann Ja Oh, hab schon ordentlich Overclocker gerade gemacht Machen Ja, ja Können dir Also du wirst dich gar nicht freuen, wenn ich dir die gebe Meinst du? Mhm Oh yeah You will do it You will You will enjoy my Overclocker Das nächste, was wir machen Weil wir machen das Nächste, was wir uns spritzen Ist, glaube ich Na klar, du Resistance Das geht auch schnell Aber das nächste, glaube ich Was wir machen Was schlau wäre Ist Enderperlen Dann können wir uns die ganze Zeit porten Unendlich und verlieren kein Leben Das wäre so krass Oder halt Schafe Schafe sind ja auch super easy zu kriegen Ja, Schafe brauchst du noch nicht so viel Das würde ich jetzt sogar noch schaffen Aber Ich will eigentlich jetzt mein Fliegen machen Hm Kannst du mir ja schon mal ein Overclocker geben Das würde mir jetzt schon helfen Warte kurz So Still of a bad Hier, Petrus Hier hast du einmal über einen halben Stack Overclocker Was? Ja Nicht schlecht Ich glaube, mehr brauchst du nicht, oder? Naja, ich glaube nicht Aber du musst bedenken Overclocker ziehen auch mehr Energie, ne? Ja, aber trotzdem ist das schneller Viel schneller Da sind schon 16 drin Okay, warte dann Aber du hast kein Leder mehr, ne? Ob ich Leder habe? Ja, aber ich bräuchte nämlich nur ein Bücherregal Und dann könnte ich nämlich mit der ganze Wand voll mit Bücherregalen machen Ah, ich hab gar kein Leder, mein Freund Oder hast du Lapis zufällig? Ne Ne, ne Der Lapis lad Doch, hat er Lapis lad zu dir Boah, ich hoffe, das reicht von den Zellen her Müsste aber Boah, Junge, das zieht Boah, Junge, das zieht viel Energie Du brauchst auf jeden Fall Ein paar mehr von den Stromquellen bald Boah, Junge, einfach Ja, auf jeden Fall bräuchte ich mehr Fliegen zu können Ohne in der Bedform zu sein Das ist so nice Man fühlt sich Man fühlt sich einfach viel mobiler Irgendwie Ah, ja, ja, klar Haben ja schon Spark und Kev, glaube ich schon Mhm Aber wir holen auf jeden Fall auf Also Vor allem Hätte ich nicht gedacht, dass Ich so ein behinderter Spass Wie ich, der Zehn Folgen zurück ist Dann auch das noch hinkriegt Aber Du hast mir aber auf jeden Fall Schon Da ein bisschen so Motivation gegeben Du bist mein Habibi Naja, auf jeden Fall Moin Moin Ich kann mal mit dem Leather Nicht irgendwie sogar Irgendwie anders herstellen kann Ne, aber Imp-Leather Ne Tell of a Bat Ne, sieht nicht so aus Tell of a Bat Tell of a Bat Fliegen, fliegen, fliegen Genau, was mir Ah, stimmt Ich hatte doch eh genug von den Dingern Ich hol's Kopf Das einzige, was mir gefehlt hatte Waren Zombie-Gehirne Achso Das hat mir nur noch gefehlt Basic-Gene Ich guck mal, ob du welche hast Ich komm da immer rüber Äh, wann haben wir überhaupt angefangen Ist die Frage Ich guck mal ganz kurz nach Genau Gleich nachgucken Oder hast du einen besseren Überblick Wie lange wir aufnehmen Wir nehmen so neun, acht Minuten auf Ja, vor neun, vor neun Minuten Neun Minuten nehmen wir grad auf Ja Habe ich grad in meinem Facecam Ein Programm Windows Achso, ach da steht sogar drin Wie lange Ja, ja, steht Wie lange ich die Aufnahme schon gestartet Und wir haben ja jeder vor Das ist gut Ähm, so Da kriegen wir jetzt Sell of a Bat Sell of a Bat Vielleicht schaffe ich das sogar noch Ne, das sieht gut aus Das wär schon krass Jungen, keinen Fallschaden mehr Ne, das ist einfach das Beste Besser leben, ne Ja Ähm Hier nochmal Zombie Oh mein Gott Das wär so Das wär so awesome Wenn ich das jetzt noch schaffe Und ich krieg meine unsichtbare Wand Sogar noch hinten In der Folge Das ist auf jeden Fall cool Also meine Durchgeberon Ich bin grad so happy, ne Cause you're happy Dass ich so Was Boah, Junge, Alter So Ähm Fly Fly Was wir jetzt auf jeden Fall Nur noch brauchen Äh, ist ganz, ganz viel Leder Weil dann kann ich uns beiden Nämlich ein Knapsack machen Mhm Und dann Was, was, ähm In Stream Was cool wäre Also da geb ich auch die Rohstoffe Geh ich an den Neta Dieses Halter Schwert Was du hast, ne Ja Das schärfe ich dann auch selber, ne Mit, äh, Neta Brauch ich auch so ungefähr zwei Stacks, ne Um das zu schärfen Mindestens, ne Ja, ja Ungefähr Wär cool Weil Ich kenn mich zwar mit dem Mod aus Aber Nicht so perfekt wie Felix Da würd ich in der Zeit was anderes machen Der Boss Naja So Haben wir ganz viele Ghostblocks gemacht Boah, ich hab jetzt 24 Ghostblocks, Alter Was ist los? So, dann tun wir Fly hier rein Und jetzt Zack Tada Und ich hab eine geschlossene Wand Jetzt bräuchte ich aber nur noch Ein Bücherregal Weil dann könnte ich nämlich die ganze Wand Mit Bücherregalen füllen Ach, du hast ne unsichtbare Wand? Ich hab so ne Wand, wo man durchgehen kann Da kommt halt später mein Kistensystem hin Achso Und das ist jetzt momentan einfach nur noch Also nur so ne Das sieht halt aus wie so ne Wand, wo nichts ist Aber da kann man halt durch Sieht super cool aus Ey, was ich noch sagen wollte Was ich noch sagen wollte Ich hab das T-Shirt von Kadel an Meine Nase, sei leise Könnt ihr euch auch holen Äh, packe ich mal den Link in die Beschreibung Hab ich ganz vergessen Hab ich heute zugeschickt bekommen Mega nice Ich find ich auch ganz gemütlich Und jetzt hier mal Werbung zu machen Find ich wirklich gut Also wirklich richtig gut Zieh ich auf jeden Fall immer Jetzt beim Aufnehmen an Bis ich auch meine T-Shirts dann habe Ohne mal hier Moin Werbung zu machen Ne, ohne Witz Also ich find die wirklich gut Muss man an der Stelle sagen Und ich schaff das glaube ich Noch mit dem Fliegen Und auch wenn ich dann Das wär auf jeden Fall crazy So wie Jay-Z Wenn ich häng ab mit Rockstars Genauso wie AC-DC AC-DC? Ja man Meinst du? So So Reicht das sogar noch dafür? Ne, da brauch ich noch mehr Kumpelstuhl Das haben wir weg Kann ich mir direkt nochmal hier Eine bessere Säge machen So Ähm Wie lange haben wir noch? Joa schaff ich locker Miese Also die aber locker Bringst halt wirklich Beziehung zwar ein bisschen mehr Strom Aber da kriegst du alles Wie schneller hin Und Bleiben mir sogar ein paar Zellen übrig Ich habe gesehen Mit Bibliocraft Kann man super coole Sachen machen So was wie ein Amor Wie ein Amor-Stand Kann ich eigentlich dein Blut benutzen Ist das schlimm? Äh Mein Blut Ich denke mal Dass du es benutzen kannst Aber dann hast du halt Aids Ne Wenn du mein Blut benutzt Ne WTF Was denn? Äh Completed Fly Ah ich muss das mal zintrifugieren Cookie Jar So Muss gleich dabei sein Wenn ich mir das spritze Mhm Oh Junge Das wird ein neues Lebensgefühl Dieses Heroin Das ist einfach Das ist so Das macht dich Stärke So Dann habe ich ja schon mal Boah Junge Komm 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 mal zu mir Bitte Okay warte Das wird ein geiles Gefühl Oh jetzt wird Petrit sich das ausspritzen Ich habe mir das jetzt in dieser Folge Ersten gespritzt ne Ja ich auch Boah Junge ey Crazy Dann fliege ich da mal zurück Ich habe noch richtig viele Zellen übrig Hätte ich nicht gesagt Vielleicht Ne In der Folge schaffe ich leider kein Komm mal Komm mal zu mir Ich bin hier über dir grad Also Boah Junge Check das Check das ne dope aus Gönn dir das Gönn dir das No dope Petrit Oh Bruder 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 Das ist Boah das ist guter Shit Mann Oh wie fühlst du dich Wie fühlst du dich Wackelt alles Boah Junge ich muss Komm Petrit Wir machen jetzt Wir werden jetzt wie Super Saiyajins Einfach losfliegen Okay Oh Junge Junge Luftkampf Was Luftkampf Nein Wir kämpfen nicht Nein nein hör auf Ich habe zwar Resistance 2 Aber 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 sind wir nicht heftig Petrit sag wir sind heftig Wir sind krass Also ihr könnt Gebt mal der Folge wirklich ein dickes Like Das ist schon heftig was wir geschafft haben Auf jeden Fall Boah Eis ey Was gibt es eigentlich hier in diesem Haus Ich würde mal sagen Ich verstände keine Zeit Ich versuche mal Resistance 2 weiterzumachen für dich Oh baby Äh Resistance haben wir da Basic Gain Was hier einfach alles Was hier einfach alles noch ist Basic Gain Basic Gain Okay Die splitte ich jetzt einfach auf In Resistance Ich meinte ja einfach jetzt ein paar Resistance Gene noch Für die nächste Folge Hast du nächste Folge auch noch Resistance Ne Das ist crazy Wenn ich das noch kriege Also die Folge wird halt knapp Weil wir haben schon 13 Minuten Aber Ich habe schon die Hälfte fertig Ist für Resistance Ne Weißt du Bescheid Je Ohne willst hätten wir jetzt Nacht Würde ich das noch die Folge schaffen Hm Hätten wir jetzt Nacht Hätten wir jetzt Nacht Warum würdest du das schaffen Wenn wir Nacht hätten Weil ich noch ein paar Zombie Hautzellen kriegen könnte Äh Hauf, hau, hau Warte mal eine Faust Warte mal eine Faust Also ich habe mich schon gewundert WTF Ich verliebe kein Leben Ja jetzt habe ich dich mit der Waffe Einfach so schlage Denkst du auch ich bin so ein Yolo Boy Was ich mich gefragt Was ich mich auf jeden Fall gefragt habe Es gibt ja WTF WTF Warte mal kurz Schaffe ich nur Resistance Das ist eine komische Sache Okay warte Noll Nimm mal Blut Komm mal her Ich mach die Resistance Echt Ja man WTF Wie viele Minuten haben wir noch Ja ja Komm wir haben 15 Minuten Was mach ich die noch Hier komm schnell Bin bei dir Bin bei dir Bin bei dir WTF Alter wir sind heftig Hi Wun Hier bin Walter Müsste jetzt eng sein jetzt Spritzt das mal Das dofe Shit Komm schnell wir müssen nicht Ne ist Syringe ist gefüllt Ist gefüllt Musste noch irgendwas reinführen Da steht noch nichts Resistance Ja ja ich muss dich zentrifugieren Zentrifugierst Bruder Bo Junge Ich zentrifugierst in unserem Gebs mir hin Gebs mir hin Gib mir den Schild Walter und Jesse hier Ich raste voll aus Wie so ein geistig behinderter Und hast du Resistance 2 gleich Müsst du deine gleich haben Ich hab Resistance 2 Bo Junge Bo Junge Wir sind heftig Wir sind echt heftig Wir wenden jetzt damit die Folge Würde ich mir sagen Oh yeah Und lass eine positive Wertung da Und ich würde mal sagen Seid beim nächsten Mal dabei Walter meine lieben Freunde Und immer schön echt bleibt Tschüss Tschüss Tschüss